Heim und Klaus auf dem Deich, Folge 1 Du sag mal, Klaus, du hörst doch öfter mal dieses, äh, diesen, diesen, diesen Blitz-Radio? Ja. Und wie ist das so? Immer super, immer super, hör ich gern. Ja, komm, lass uns erst mal ein Trinken hier. Prost! Prost, Heim! Ja, aber die, die, dieser, äh, Soul-Brother, ähm, hab ich gehört, der hat erst aufgehört und jetzt macht er wieder doch wieder mitmachen. Ja, hab ich auch gehört, aber steckst du nicht drin, ne, das ist, ist nun mal so, du, man weiß es nicht. Ist ja seltsam, aber du meinst, man könnte das mal hin und wieder hören, diesen, diesen Blitz-Radio? Ja, wenn du nur einen mit mir trainst, dann, äh, ja, Prost auf einem Bein, kannst du nicht sehen, der kannst ja nicht im Donnerstag maturen, um 20 Uhr bei Blitz-Radio und Soul-Brother. Ja, muss ich mal gucken, wenn der auch Handys spielt, jo, mach's gut, ne, Klaus, tschüss. Tschüss, Hein. 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 Vielen Dank.